Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ich muss erstmal in die richtige Ecke rüber. So, da bin ich jetzt. Also, schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein. Ach, da ist er. Ich dreh am Rad. John Wick ist da. Mega, 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 mega geil. Ich freue mich riesig. So, wir fangen mal auf der rechten Seite bei den täglichen Items an. Mit der Einsatzleiterin erstmal. Die ist richtig, richtig cool. Schnuckelchen. So, Einsatzleiterin kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Mega geil. So, schauen wir mal hier ins Voting rein. 4,55. Ich bin ein bisschen zu groß, glaube ich. 4,55 von 5 bei 51 Votes. Am 8. Dezember 2019 ist das erstmal drin gewesen. Seitdem 7,163 Spielmeisters. Und das ist mal wieder Zeit, hier zu schauen, wie es momentan mit dem Voting für den Shop aussieht. Hier haben wir 2,241 Love It's. 1,448 It's meh. Und 3,071 Hate It's. Also, es ist ziemlich ausgeglichen, sage ich mal, zwischen Love It und Hate It's. Und, ja. So. Ja, dann geht's weiter hier. Mit dieser neuen Lackierung Assassine. Für 300 V-Bucks. Oh. Ja, ich mag ja sowas. Das sieht ja mal richtig fettgeil aus. Holy Crap. Geil. Alter. Das sieht mal richtig, richtig nice aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wow. Bam. Oh. Wow. Bad. Alter. Geil. Oh. Oh. So eine schlichte, einfache Lackierung. Mega. Kriegt von mir 9 von 10. Ich finde die hammergeil. Assassin. Der Rap. Und hier haben wir ein Voting von 4,17 von 5 bei 6 Votes jetzt schon. Ja. Für 300 V-Bucks. Assassin. So. Dann sind wir bei Marino. 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 Marino kriegt mit den 3 Baneenchen da hinten dran. Kriegt von mir... Was kriegt denn die Marino? Marino. Ah. 6. 7 von 10. Eigentlich ist es ein ganz cooler. 7 von 10 für den Marino. Na mal momentan. 3,19 von 5 bei 16 Votes. Am 13. März 2019 ist das mal drin gewesen. Dreimal seit dem 14 Reminders. Einsatzmuster. Das ist nicht ganz so schön, ne? Das ist jetzt nicht ganz so schön. Ne. Das gefällt mir nicht so gut wie eben gerade. Also das Gelb dabei ist jetzt nicht so wirklich toll. 6 von 10 für Einsatzmuster von mir. Das müsste Rivet sein. Und Rivet hat hier momentan ein Voting. 2,25 von 5 bei 8 Votes. Am 21. März 2019 ist das mal drin gewesen. Seitdem dreimal. Neun Reminders. Der Rivet. So. Dann haben wir hier die ersten neun Emotes. Mega geil. Ich seh dich noch. Natürlich stehe ich dir sofort... sofort geholt. Mega cool. Der Teil kriegt von mir 9 von 10 für 200 V-Bucks. Be seeing you. Und Be seeing you hat hier momentan... ein Voting von... 4,4,3 von 5 bei 7 Votes. Kugelsicher. Mega cool. Habe ich dem Herrn sofort auch noch geholt. Für 200 V-Bucks. Mega cooles Teil. Kugelsicher. Kriegt von mir auch 9 von 10. Das kann der sofort echt gebrauchen, das Teil. Und dann ein Voting von 3,83 von 5 bei 6 Votes. Für 200 V-Bucks. Das ist der Bulletproof. Und dann sind wir beim Feuerläufer. Ja, der sieht schon ein bisschen komisch, ein bisschen strange aus, das Teil, der Feuerläufer. Für 1200 V-Bucks. Für 1200 V-Bucks. Ja, kriegt von mir 6 von 10. Das ist der Firewalker. Der Firewalker hat hier ein Voting. 3,81 von 5 bei 27 Votes. Am 5. Februar 2019. Das heißt, wir trinken wir es viermal seit dem 2 und 3. Wie meint es. Zornes Schlag für 800 V-Bucks. Ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus. Wow. Zornes Schlag kriegt dann von mir 7 von 8 von 10. Wollen wir mal gucken. Outburst ist das. Outburst hat hier ein Voting von 3,53 von 5 bei 17 Votes. Am 5. Februar 2019. Das ist mal trinken wir es viermal seit dem 4 Reminders. Für 800 V-Bucks. Dann haben wir hier diesen einfachen Vorschlaghammer. Mega geile Teil hier. Für 500 V-Bucks. Ja. Gucken wir mal. Einfach ganz simpel. Einfach nur ein Hammer zum Schädelkloppen. Hier. Kriegt. Nein, natürlich wird damit nur Holz gefarmt. Nur Holz und Stein gefarmt. Und Metall. So. Für 500 V-Bucks. Das Ding. Kriegt von mir 7 von 10. Simple Sledge. Simple Sledge hat aktuell. Ein Voting von 3,73 von 5 bei 11 Votes. Und da ist er. Endlich ist es soweit. Wie sieht es aus hier. Geil, oder? Hahaha. I've been out, John Wick. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich gucke jetzt auch mal so ein bisschen darüber. Oder mal so ein bisschen. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen. Cool, oder? Jetzt gucke ich mal zu euch. Geil, oder? Geil, oder? So, John Wick. Auf jeden Fall mega geil. 10 von 10. Definitiv muss ich für das Ding geben hier. Und da haben wir jetzt hier. Alter, der ist so krank. 10 von 10. Für den John Wick hier. Die Patronen sind da oben in die Brust, beziehungsweise in die Schulter. Nicht eingedrungen. Einfach drin stecken geblieben. Auch am Rücken hat er hier zerfetzt. Da unten hat er noch ein Messer drin. Alter, das Ding ist einfach nur. John Wick ist einfach nur geil, 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 geil. Yo. 10 von 10. Schauen wir mal. Was hat denn der John Wick hier momentan? Wie sieht es denn überhaupt aus? John Wick. Ein Voting. Von 3,96 von 5 bei 28 Votes. Yo. 35, wir meinen das. Mega geiles Teil. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Aber nicht den Kanal. Und ich lasse nichts mehr an, wenn es wieder heißt. Von Night Daily Shop News mit mir, dem man gleich schaut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.